Hallo und herzlich willkommen zu Antjes Aktie. Heute schauen wir uns das deutsche Unternehmen Henkel an. Ob sich das lohnt, das klären wir in diesem Video. Viel Spaß! Die Henkel AG ist ein börsennotierter deutscher Hersteller der Konsumgüterindustrie mit weltweiten Marken und Techniken in den drei Geschäftsfeldern Das Unternehmen wurde 1876 in Aachen gegründet. Der Hauptsitz heute ist Düsseldorf in Deutschland. 53.000 Mitarbeiter und ein Umsatz von 19,2 Milliarden Euro. Der Gewinn liegt bei 1,4 Milliarden Euro. Der aktuelle CEO ist Carsten Knobel. Der Aktienkurs liegt bei 71 Euro je Aktie und die Dividende liegt aktuell bei 1,83 Euro je Aktie. Die Geschäftsbereiche liegen bei den Klebstofftechnologien mit 72,9%, bei der Wäsche und Haushaltspflege bei 24% und bei der Kosmetik bei 2,5%. Zu den bekanntesten Marken von Henkel sind Persil, Priel, Purex, Weißer Riese, Perwoll, Feber, Spee, Dixan, Vernel, Somat, Sedulin, Atta, Breff und Love Nature. Im Chartverlauf der letzten 1, 5 und 10 Jahre haben wir in den letzten 12 Monaten ein Minus von 13,1%, in den letzten 5 Jahren ein Minus von 30,2% und in den letzten 10 Jahren haben wir ein Plus von 69,3%. Somit vergebe ich Minus 3 von 21 möglichen Punkten. Bei dem Umsatzwachstum in den letzten 5 Jahren im Durchschnitt haben wir ein Plus von 1,25%, bei den Gewinnen liegen wir Minus 6,02% und beim E-Bild liegt es bei Minus 5,26%. Im aktuellen Verschuldungsgrad haben wir 71,5%, somit vergebe ich 6 von 28 möglichen Punkten. Die Marktkapitalisierung von Henkel liegt aktuell bei 30,5 Milliarden Euro und wird somit im DAX gelistet. Der aktuelle Freefloat liegt bei 29,6%, somit vergebe ich 9 von 16 möglichen Punkten. Aktuelle Analystenmeinungen liegen bei Kaufen und mit einem Kursanstieg von plus 17%. Bei den Umsätzen je Regionen 2019-2020 haben wir in Europa einen Anteil von 45,2%. Da gab es ein Minus von 1,77%. In den USA haben wir einen Anteil von 25% und da ging es auch leicht zurück mit einem Minus von 1,63%. In Asien und Australien haben wir einen Anteil von 15,4%, da ist es plus minus 0. Im Konkurrenzvergleich haben wir es unter anderem mit Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Unilever und Beiersdorf zu tun. Somit vergebe ich 10 von 26 möglichen Punkten. Bei dem Qualitätsscore von allen Aktien liegen wir 4 von 10, bei TraderFox liegen wir 9 von 15 und 1 von 15. Im Dividendenscore haben wir 4 von 5 und im aktuellen Piotrowski-Score liegen wir 7 von 9 möglichen Punkten. Somit vergebe ich 25 von 54 möglichen Punkten. Mein Fazit für die Zukunft. Auf der Pro-Seite haben wir gute Produkte und eine stabile Dividende. Auf der Kontra-Seite sehe ich die große Konkurrenz, die Minus 43% zum All-Time-High und die schlechten Margen. Hiermit vergebe ich 6 von 10 möglichen Punkten. Kommen wir zur Zusammenfassung. Und hier das Ergebnis. 53 von 155 möglichen Punkten. Das sind 34,2%. Somit kommt die Henkel-Aktie für mich nicht in Frage. Wie seht ihr das? Habt ihr Henkel als Dividendenaktie in eurem Depot? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo und ein Like sehr freuen. Und schreibt gerne in die Kommentare, was ich als nächstes bewerten soll. Bis zum nächsten Mal.